herzlich willkommen bei den keller zockern bei farcry 4 und es geht weiter wir wollen mal schauen was wir hier so finden und wo wir überhaupt erstmal hin müssen das ist die best bewährte frage aha wollen wir weiter gucken jetzt erstmal nicht ist auch nirgends wo ein punkt angezeigt ruhig ok wir haben es nicht gefunden anscheinend ok das hat nur noch schon ja vielleicht hätten wir das dann doch lesen sollen was das stand war naja jetzt müssen wir auf gut glück gucken ob wir die stelle finden wo wir hin müssen wo müssen wir hin ok dann gehen wir doch einfach mal raus und gucken was passiert ok anscheinend geht es da nicht lang da ist ja die glocke die wir aufrichten müssen ok schicken wir mal den löwen dahin so 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 wenigstens legen hier genug feile rum die wir uns auch aufsammeln können und es kommen mehr von den sagen wir mal den löwen so 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 es hat mir so ein heftiger pfeil wieder getroffen komm den schlitz ich so auf hier, zack ab rein damit lass es euch schmecken jungs mann schwolle ding was war das jetzt schon heftig so gucken wir mal wie weit wir hier hochkommen ho 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 heftig, der hat aber Pfeile gebraucht so und die glocke schwebt wieder frei im himmel so haben wir es geschafft oder haben wir es geschafft wir werden sehen ja er kommt wieder zu hause zu sich und ein weiteres teil puzzle stück oder von dem poster hat sich hinzugefügt jawohl dann verabschieden wir uns jetzt von hier und sagen bis zum nächsten mal wenn es heißt far cry 4 tschüss und danke fürs zuschauen